Herr Gäste, Herr Gäste, ich bin Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Wünze, Sie auch Herr Bulle, Herr Gäste, ich bin Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Wünze, Sie auch Herr Bulle, ich bin Mitarbeiter aus Faschim, hier aus Faschim, Herr Bulle, und Herr Gäste, er hat sich gar nicht bekommen, Wenn der Herbst seine Phasen verliert, ist es für uns immer Zeit, um das Partidimarkt zu geben, wie Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich habe da zugemacht, es ist früher ein Treffpunkt gegeben für Handel und Handel. Heute ist es ein Fest, bei dem man sich trifft und vermügt, bevor der Kinder in seiner Kälte Rost und Starre Einzug hält. Ich bin immer zum Feiern aufgeregt. Diesen Satz würde ich sofort unterscheiden. Allerdings ist dieser Satz nicht von mir, sondern von Dame Calment. Sie kennen diese Dame nicht? Sie war eine Französin und ist mit 122 Jahren die älteste Frau der Welt gewesen. Sie sind immer zum Feiern aufgeregt. Das ist Ihr Motto gewesen. Wenn dies ein Rezept ist, dein Alp zu werden, sollten wir alle diese Chance nutzen. Erfreuen Sie sich bei unserer Feier zum Martini an Musik, Geselligkeit, an Geschwindigkeit. Genießen Sie Speist und Handel. Seien Sie zum Feiern aufgelegt, dann wird es vielleicht für Sie ein unvergessliches Ereignis und für uns ein schönes Fest. Ich eröffne den Partidimarkt 2008 und wünsche allen viel, viel Freude. Danke. Jawohl, gut, Herr Bürgermeister. Auf geht mal gerade eben von der Stelle. Wir suchen noch einen, ein Kind zu mir. Jonathan Arnewald, der Dieter. Der Bruder steht hier vorne bei mir. Wenn ihr wisst, wer es ist, den schickt man bitte zu mir. So, ich gebe wieder ab an den Bürgermeister. Bitteschön. Jetzt wird es schon crisis. Ich bin in den Kleckern. Ich bin in den Kn ejercen mit mit Klassen. Können Sie ihn nur noch unter regionen schießen? oder was? Ich muss noch mal wiederholen. Ja, genau. Nach so einer anstrengenden Rede, unser Bürgermeister, wollen wir mal zum gemütlichen Teil übergehen. Wir haben natürlich heute für das Martinifest in Sötze ein Kästbier gebaut und das wollen wir heute Abend, was ihr denn hier oder mit euch zusammen anstecken. So, und üblicherweise wird ja ein Anstieg für drei Hammerstehen gemacht. Der Bürgermeister hat den Hammer verraten. Los geht's. Eins, drei und drei. So. Kommt. Und nicht. Und nicht. So, vier und halb. Jetzt kann es losgehen. Aber dann ist das Schaum. Das war schon mal Bier. Good Bier. Okay. So. 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 So, so. So. Musik 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 Fangen wir mal an! Ihr Freunde, jetzt hier so sagt uns Abonnenten! Warten Sie! Warten Sie! Ja! Hast du aber nicht in den Paschen drin der Hand? Ja! Ach so! Guten Tag! So, gehst du gerade hier? Nein, danke. Das war's für heute. 1. Dort. 1. 3. 4. 4. 1. 4. 5. Lite. 17. 16. 17. 18. Untertitelung des ZDF für funk, 2017